Hallo zusammen und heute sind wir in der Klassikstadt in Frankfurt, eine Wahnsinns-Location für Tag 2 unserer Informationstage für Freudesicherheit. Wir freuen uns heute ganz besonders auf spannende Gespräche mit unseren Kunden und zeigen natürlich auch das ein oder andere Neue mit 2N, Inneo und natürlich Ajax. Und ja, wir legen einfach mal los. Viele Grüße hier aus Frankfurt, aus der Klassikstadt. Wir sind heute bei Video auf den Infotagen zum Thema Gebäudesicherheit. Nachdem wir vor zwei Tagen schon in Düsseldorf waren, zwei super Events, unglaublich viele Kunden hier, gute Resonanz zu allen Themen, die wir hier vorgestellt haben. Sei es Inneo, sei es Ajax, sei es 2N. Ich freue mich auf München, ich freue mich auf Sie, ich freue mich auf Euch und auf viele tolle Gespräche. Also meine Lieben, ich bin super begeistert. Wir hatten tolle Gespräche, tolle Location und echt einen tollen Tag gehabt mit super Kunden und wirklich erfolgendes Feedback. Ich freue mich jetzt richtig auf München. Das kann so weitergehen. Bis bald. Bis bald.